Neudersan Neu, das Insektizid gegen saugende Insekten und Spinnmilben. Neudersan Neu mit dem Wirkstoff Kali-Seife ist ein biologisches Insektizid und Ackerizid, das rückstandsfrei und ohne Wartezeit im Ackerbau, Obst- und Gemüsebau sowie Zierpflanzenanbau eingesetzt werden kann. Der Wirkstoff zerstört die Haut- bzw. Zellstruktur weichhäutiger Insekten, wodurch diese vertrocknen. Gleichzeitig werden die Atmungsorgane geflutet und damit beschädigt. Die beste Wirkung erreicht man bei Behandlungen bei geringer Sonneneinstrahlung und niedrigen Temperaturen. Daher sollte die Anwendung am besten frühmorgens erfolgen. Da Neudersan Neu ein reines Kontaktmittel ist, muss man auf eine gute Benetzung aller Pflanzenteile achten, vor allem aber der Blattunterseite. Wichtige Anwendungshinweise, die ihr beachten solltet. Die Applikation soll mit hohen Wasseraufwandmengen erfolgen. Neudersan Neu ist nicht bütenverträglich und die Spritzbrühe immer mit weichem Wasser ansetzen. Wenn ihr noch Fragen zur Anwendung haben solltet, zögert nicht, das Team von Zertisk zu kontaktieren. Viel Erfolg!